Jeder Mensch ist gleich an Rechten. Egal, was sein gesellschaftlicher Hintergrund ist, egal wen er liebt, egal ob reich oder arm, egal ob Mann oder Frau, wir alle haben die gleichen Rechte. Das nach zwei Jahren von dieser Pandemie zu sagen, dass wir eigentlich alle gleich sind, egal wen wir lieben, was für meinen wir haben. Welchen gesundheitlichen Status, dass man hat zum Beispiel und so, ja alle gleich, na klar, man hat's gemerkt. In Österreich gilt ab Mitternacht ein Lockdown für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft sind. Man hat's medial gemerkt, die Zögerer, die Zauserer. Danke, danke vielmals. Wer keine Impfung hat oder nicht bestätigt, genesen ist, darf das Haus künftig nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Es liebe die Demokratie, so frei wie jetzt waren wir noch nie.